Let's go, Caspar, schnell! Let's go, die Säure steigt! Die wird gleich kommen, die Säure wird nicht kommen. Ich will nicht reinfallen, ich will nicht... Oh Gott, du musst ja lang. Wie lange? Hast du so eine blaue Keule? Ja, damit können wir höher springen, ne? Ja, damit können wir ein bisschen höher springen. Das ist auf jeden Fall nicht verkehrt, das Ding. Und ey, du musst dich unbedingt beeilen, weil die Säure ist heute richtig, richtig gefährlich. Okay, also die dürfen wir auf jeden Fall nicht berühren, oder was? Ne, 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 genau. Das verätzen wir. Die ist vor meinen Augen runtergefallen, aber der schafft es noch, der lebt noch, lol. Hä, der hat noch was gemacht. Oh Gott, ist schnell voll raus hier. Ich glaube, da war gerade ein Abkürzchen, die wir hätte nehmen können. Ja, so. Nein. Hä, wo lang denn? Hier, hier, hier. So, Leute, dann können wir durch. Oh nein, die Säure kommt schon. Oh mein Gott, da steigt sie, da steigt sie. Ah! Hä? Wie soll man jetzt davon hinkommen? Ich hoffe, ich bin ganz oben. Nein, 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 wir müssen den grünen Knopf drücken. Hier ist der Knopf, der Knopf. Ich drück, ich drück, ich drück. Drück, drück, drück. Ich opfer mich. Ja! Was ist das denn? Ja! Man kam nicht mehr zurück. Man kam nicht mehr zurück. Danke fürs Opferen. Ich bin gestorben. Oh Mann. Oh oh. Ey, ich werde das noch niemals überleben. Die Säure ist direkt unter mir. Vor allem, wenn du da noch mal auf... Ich kam nicht mehr zurück. Das war voll veräppelt. Ey, die ist jetzt... Wo muss ich denn jetzt hin? Zeig mal. Du bist der letzte Überlebende. Digga, wie soll ich das da hin... Ich muss da hin zum Knopf hingehen, was? Das schaffst du nicht. Das schaffst du im Leben nicht. Das schaffst du noch niemals alleine. Und weißt du, was das Problem ist? Dann geht die Röhre weg, glaube ich. Ah! Lauf schnell! Nein! Ey, wie soll man das ein bisschen schaffen? Das muss man mit Meeren machen. Ja, da muss man mit Meeren machen, ne? Beeilung, Beeilung, Beeilung! Wow! Lauf, 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 lauf! Wo lang, wo lang? Hier vorne, hier vorne auf der Treppe. Am besten den folgen, die jetzt ganz vorne sind. Okay, warte. Ja, weil die wissen meistens, wo es lang geht. Oh nein. Drück einen den Knopf jetzt hier. Drück drauf! Ja! Oh mein Gott, Ehrenmann. Ey, nein, was? Du musst die ganze Knoppe drücken. Oh mein Gott, deswegen heißt sie auch Komplexität, weil das so schwer ist. Drück drauf! Ja! Du korrekter! Das heißt ja voll unfair! Nicht berühren, nicht berühren, nicht berühren! Oh mein Gott, ist das schnell! Nicht die Teile berühren. Oh mein Gott, okay, warte mal. Ich drück auf den nächsten Knopf. Einer ist draufgegangen, einer ist draufgegangen. Ich tue auch mal was fürs Team. So, zack, draufdrücken hier. Ja, ist draufgedrückt. So, okay, weiter geht's jetzt hier. Okay, ja, hier. Oh mein Gott, das Holzbrett hoch. Das Ding ist, hier darf halt die Säure nicht so schnell kommen, ne? Oh mein Gott. Du darfst ja auch nicht draufgehen bei den Sachen, weil sonst war's das mit dir. Hier, zack. Ich weiß, ich weiß. Ich hoffe mal nicht, dass die Säure jetzt so schnell... Die Säure steigt! Die steigt richtig schnell. Die Säure steigt schon, die steigt schon. Die steigt richtig schnell. Ich weiß nicht, ob wir das schaffen können, aber egal, weiterlaufen, weiterlaufen. Ey, das geht zu schnell. Wie soll man das denn schaffen? Schnell, schnell, weiter, 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 weiter. Hör, 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 hör. Ich beeil mich doch schon. Oh oh. Wir müssen hochkommen, das ist zu weit, zu lange gerade. Oh oh. Drück auf den Knopf! Nein! Drück auf den Knopf! Drück auf den Knopf! Was macht die denn? Was macht die denn? Ey, das kann ich sein, ey. Malta. Ich kauf mir jetzt die goldene Coil. Was kostet die? Äh, ich hab die schon gekauft. Ich hab jetzt die goldene. Haha. Pass auf, du willst jetzt sehen, wie ich jetzt absolut jetzt hier... Boing! Ey, du hüpfst ja viel höher. Ich kann viel höher hüpfen. Ja, das ist ja voll leicht für dich. Naja, ich kann auf jeden Fall noch den blauen nehmen, weil manchmal hüpft man unnötig hoch. Ah, okay. So, hier zum Beispiel. Ich denke mal, dass wir das auf jeden Fall jetzt schaffen. Also man sieht ja bei dieser Map zum Glück unten das Säure dann, dass die sich... Warte mal, kann ich einfach... Ah! Nein! Oh mein Gott. Bist du runtergefallen? Ja, das war Karma. Nein, was machst du? Das war echt Karma gerade. Ey, da muss jemand auf die grüne Kugel drücken! Auf die grüne Kugel dahinter! Ich weiß, ich weiß, es hat noch keiner gemacht. Doch jetzt. Er drückt alle gerade drauf. Er drückt gerade drauf. Mach, du Ehrenmann! Ja, er hat hier den Weg frei gemacht. Ja? Okay, ich komm jetzt. Ich komm jetzt. Oh nein, ich bin viel zu spät dran. Das Gute ist, jetzt habe ich zum Glück das goldene Ding und ich kann einiges... Oh, ich kann einiges überspringen. Wir haben gute Höhe. Ey, ich fall wieder runter. Nein. Ich glaub, das goldene Ding war doch nicht so praktisch oder was? Weil die Decke da oben ist und die Decke... Ja. Ist schon praktisch jetzt gerade für die so, muss ich sagen. Außer dann so gegenmäßig oder was? Oh nein, die Säure! Die kommt! Die kommt! Die Säure kommt! Die Säure kommt! Die Säure kommt! Ey, ihr macht mal richtig Höhenmeter jetzt! Geil! Mit den Treppen! Sehr, sehr gut! Stimmt, 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 stimmt! Das ist wichtig! Richtig Höhenmeter! Das ist richtig wichtig! Da unten bist du! Da unten bist du! So, ich bin direkt hinter dir! Ich habe mich jetzt gleich wieder eingeholt! Ja, du bist echt schneller als ich! Sehr schön! Hier gut! Hier rüber! Jawohl! Hey! Oh mein Gott, war das knapp gerade! Ja, guck mal, ich kann... Warte mal! Wo müssen wir denn hin? Ich bin vor dir! Hä? Wo bist denn du? Ich bin hier! Ja, ich bin direkt vor dir jetzt! Ja, okay, okay! Ich dachte gerade... Hä, das ist aber jetzt gefühlt voll umweg gewesen! Hätte direkt rauf springen können! Achso! Hättest du direkt rauf gekonnt? Ja, ja, glaub schon! Ach was! Egal! Jetzt sind wir auf jeden Fall hier weiter! Naja, wir immer... Hauptsache Höhenmeter machen, weißt du? Wir sind hier auf jeden Fall gerade Platz 1! Ja, ja! Richtige Meter machen! Oh, die Säure! Oh mein Gott, die steigt voll schnell jetzt schon! Die steigt grad mega schnell! Oh, oh! Wenn man jetzt hier runterfällt, dann war es das! Nein, 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 nein! Wenn du jetzt runterfällst, dann war es das echt! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Bitte, 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 bitte! Komm schon! Hoch, 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 hoch! Wir sind... Wir sind fast... Oh nein! Was ist denn das jetzt auf einmal hier? Sind wir fast oben? Oder was? Hier sind so rote Teile! Nein, da kommt noch einiges! Da kommt noch einiges! So... Hier die Felder... Okay, ich kann jetzt zwar auf einmal überspringen, ist wichtig! Oh, ich glaube, ihr werdet hier draufgehen! Ich glaube, ihr werdet hier draufgehen! Nein! Bitte gönn! Komm schon! Als wenn du das mit Verobacht schaffst! Ja! Pay to win! Nein! Komm schon! Hieß gestorben vor meinen Augen! Was? Warum das denn? Hieß gestorben vor meinen Augen! Und jetzt schönen Höhenmeter machen! Schönen Höhenmeter machen! Oh nein, das ist schwer! Oh mein Gott, das muss man hier leider noch mal runter, ne? Das ist das Problem! Oh nein, wieder runter? Nein! Da sehe ich mich nicht! Da sehe ich mich ganz und gar nicht! Das Problem ist gerade! Nein! Runter hier! Und wieder hoch! Und wieder hoch! Ich laufe hier um mein Leben! Ich laufe wirklich um mein Leben gerade! Sooo... Ich muss hoch! Ich kann ja wie ein paar überspringen! Was wichtig ist! Ja, du kannst vor allem auch sehen, wo man schon hin muss und sowas! Ja! Oh Gott, oh Gott! Oh Gott, oh Gott! Ich bin hier wirklich der lone Survivor hier! Ich bin hier der Einzige, der hier nicht Pay to Win macht! Ich weiß, ich weiß! Wir sind die beiden letzten Überlebenden! Oh Gott, wo bin ich jetzt? Ich bin schon fast an der Decke! Oh mein Gott, bitte! Hier vorne kann ich rausgehen! Krass mal, ich sehe dich! Ja, bitte! Du schaffst das! Bitte! Es wird eine knappe Kanonenkugel! Nein, du schaffst das! Du schaffst das! Ich gehe hier raus schon mal! Ich glaube, ich muss jetzt hier irgendwo hingehen, ne? Wart war ich? Hier, wo lagen? Wo lagen? Ich spring durch! Ich spring durch! Ja! Okay, ich habe schon mal... Diese Map haben wir schon mal geschafft, Leute! Yeah! Okay, dann sind wir anscheinend hier in so einer krassen Stadt, ne? Ja, Mann, aber was ist das für eine krasse Stadt? Okay, auf jeden Fall schon mal gut, dass man hier so ein großes Loch hat, wo man rausklettern konnte. Hier vorne ist so eine Eingangstür, siehst du das? Ja, aber wir müssen ja hier hochklettern einfach! Man kann hier aber das Haus hochklettern! Ah! Okay, okay, okay! Kann ich hier drei Dinge auf einmal springen? Ja, kann ich! Guck mal, jetzt bin ich die Erste! Ich bin Erste! Siehst du das? Ich bin Erste! Ich bin Erste! Ja, du kaufst ja auch irgendwas für Rohbugs! Gar nichts! Kein Wunder, dass du da Erste bist! Gar nichts! Ich bin mit der Blauen, ne? Das ist ja schon bewusst! Hier lang! So! Ja, ja, ja! Okay! Guck, ich bin Erste mit der Blauen! Die sind doch die beiden direkt vor dir! Sag mal, das ist doch nicht Erste! Ey, wo sind vor mir? Ja, jetzt gerade hast du die überholt, ne? Nee, nee, ich bin schon die ganze Zeit! Guck mal, jetzt mach ich euch sogar noch den Knopf da auf, ne? Gern geschehen! Ja, korrekter Typ bist du! Oh mein Gott, das ist schwer! Oh mein Gott, wie viele fallen da runter! Nein! Was? Ich bin auch runtergefallen! Das war's mit dir! Das war's mit dir! Guck mal, jetzt mach ich den nächsten grünen Knopf! Mann, bin ich ein Ehrenmann! Hast du die Goldene? Du musst dir die Goldene holen! Nee, nee, nee! Ich muss wieder durchziehen! Ich schaff das ohne Pay to Win, Digga! Ja, ich sag dir, dass du draufgeben wirst, weil du runtergefallen wirst! Nein, 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 nein! Oh Gott, nur einer von diesen Dingen! Ey, schon wieder! Ich falle auf den Boden! Ja, ich sag's doch! Ich sag's doch! Ey, Manno! Haha! Also warte, ich hol jetzt die Goldene! Ich tüte das Ding jetzt hier ein! Neeein! Siehst du mich? Du kannst mir, glaube ich, zugucken! Alter, wo bin ich denn jetzt hier? In so einem komischen Treppenlabyrinth! Was ist denn das für ein Geheingang, sag mal? Ich versau nicht, was es hier ist! Sehr gut! Oh, wie hoch ich jetzt hier springen kann! Das ist so! Ja, sehr schön! Noch eine Runde! Dann musst du in die Häuser mal rein, ne? Das schaffst du auch nur mit der Goldene, ne? Das war ja wieder klar! Ich hab jetzt gerade nur die Goldene ausgewählt! Das war ja wieder klar! Nee, komm! Ist ja wohl klar! Du hast die Goldene ausgewählt! Das war gerade wieder richtig knapp! Alter! Und wie du damit abkürzen kannst! Das ist richtig unfair! Oh, warte mal! Kann ich hier sogar rauf? Ne, schade! Das wäre krass gewesen! Tschuuu! Tschuuu! Tja! Oh mein Gott, die Säure ist toll! Obwohl ich Gold habe, ist die Säure fast schon bei mir, ne? Also ich glaube, manche Maps kann man nur mit Paid Wind besiegen! Glaube ich auch! Ich erinnere mich auch daran, dass das irgendwie richtig schnell geht da oder so! Na guck mal, wie nah die Säure ist! Aber ich bin mal gespannt, ob du es bis zum Ende schaffst! Ey, wie nah ist die denn mit dem schon jetzt schon die Säure? Die ist schnell! Die ist schnell! Da darfst du keine Müdigkeit vorschätzen! Die ist extrem schnell! Also ich glaube, ich bin gerade der einzige, ne? Ne, zwei sind da am Leben, steht da! Ne, noch ein anderer! Noch ein anderer! Und der andere zieht auch richtig gut durch! Und jetzt muss ich hier lang, oder was? Hier durch! Ah, hier lang! Hier Exit! Oh mein Gott! Die Säure ist glaube ich... Die ist gleich schon da! Oh nein! Ey, obwohl ich die Goldene habe, ne? Was ist das? Ja gut, das schaffst du aber noch! Ich bin doch der Letzte jetzt! Aber trotzdem, wie krass das bitte schon... Ne, ne! Guck mal! Wie wenig es hier hoch geht! Das könnte eng werden jetzt! Obwohl ich Goldene habe, ne? Ja stimmt! Die Goldene bringt so gesehen nichts, weil du kommst genauso weit wie mit der Blauen! Du kommst halt nur höher! Bei manchen Sachen! Also man muss halt schlau abkürzen machen mit der Goldene! Die Säure ist so nah dran schon! Und hau ab so heute! Na jetzt hast du ja genug Abstand da! Das schaffst du ja easy! Guck mal! Ah, ist schon draußen jetzt hier! Ja! Guck mal nach ganz oben! Und das war's! Siehste doch! Guck mal, haben wir auf jeden Fall die Stadt-Map auf jeden Fall auch geschafft! Auch die nächste Karte nicht schlecht! Sehr sehr gut! Und weiter geht's hier! Sehr schön! Und rein geht's zu der nächsten Map! Ich komme Kaspar! Oh nein! Sieh zu! Sieh zu! Du bist ja voll spät schon! Los! Ja, ich hab alle! Ich hol mir meine Cola! Blockst die Cola! Ja, was bringt die? Ja, ich glaub du bist doch echt ein bisschen schneller oder sowas! Ne, leider nicht! Aber ich hab... Ihr seid vorne! Das ist schon mal wichtig! Warte mal! Wir ziehen hier auf jeden Fall alle gerade sehr sehr stark durch! Hehehehe! Hab Angst, dass die... Was machst du? Boing! Als wenn! Als wenn! Das glaub ich nicht! Das ist ja so verrückt! So, jetzt bin ich wieder bei euch! Kein Problem! Alles entspannt! So, hier lang! Zack! Auf die Röhre drauf! Willst du noch irgendwas grünes hier aktivieren? Ich weiß noch nicht! Ich glaube mal ja! Ich glaube da wird später irgendwas kommen oder so! So jetzt hier rüber! Zack! Auch noch mal! Wir kommen aber echt gut voran gerade! Es leben doch auch noch 14 Leute! Also so schwer erscheint die Karte hier nicht zu sein! Ne ne! So schwer erscheint die Karte hier nicht zu sein! Hier rüber! So hier müssen wir auch noch mal rüber! Alter du überspringst hier so viel auf einmal! Gar nicht! Natürlich! Du bist voll schnell! Hä? Da oben musst du auf den Knopf drücken! Die drückt schon! Die drückt schon! Alter! Oh mein Gott! Alter ich dachte gerade! Oh mein Gott! Das war weg doch für eine Sekunde! Hier ist auch noch ein grüner Knopf den ich gerade gerückt habe! Okay drückt drauf ja! Säure! Säure drückt zu hoch! Was? Oh mein Gott! Ich habe irgendwas falsches gedrückt oder so! Oh mein Gott! Der Pümpel geht glaube ich weg! Lol stimmt! Ja! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Und jetzt rein! Wir können durchgehen! Aber du musstest vor langem warten! Aber ist das der richtige Weg? Ja das ist auf jeden Fall der richtige Weg! Sonst wäre es nicht da! Dann kann man hier raus dann hoch springen! Ey das ist ja mega cool! Ach was! Okay sehr sehr gut! Und hier geht es jetzt hoch! Hier nach oben! Und raus hier! Boing! 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 Ey wir sind die Top 3 gerade! Du bist ganz vorne! Dann ist da noch eine andere und dann komme ich schon! Die überhole ich auch gleich nochmal! Hier zack! Hier rüber! Ich komme einfach echt ganz gut voran mit dem goldenen Ding! Ja ich auch muss ich sagen! Das waren 50 Euro-Bucks die ich jemals investiert habe! Ja ja ok ok! So zack! Hier rüber! Ich bin sogar vor dir gerade! Hey! Alter du blockst mich oder sowas! Was soll das? Nein habe ich schon nicht geblockt! Natürlich! Oh mein Gott! Wieso steigen wir so schnell? Ich weiß die steigern mega schnell! Ich weiß die steigern mega schnell! Schnell müssen wir hochgehen! Die Säure kommt! Die Säure kommt! Oh nein! Boing! Oh mein Gott! Wo musst du jetzt denn? Du musst dir den Knopf drücken! Ey der Knopf! Ich hab drauf gedrückt! Und jetzt? Nein! Da ist letztlich! Wie kommen wir jetzt drüber? Jetzt! Oh mein Gott! Schnell nach oben! Jetzt häng ich hier fest! Hier hoch oder was? Ja hier rauf! Hier rauf! Ey bei sowas hier kannst du ja mega abkürzen ne? Ja ja das ist gar nicht so leicht wie man denkt! Ah doch jetzt ok! So wie hoch geht denn das hier noch? Wie hoch geht das noch? Ja wie hoch geht das noch? Die ist schon im dritten Dreh! Die ist schon im dritten Dreh! Die ist schon im dritten Dreh! Ich weiß! Das Glas füllt sich! Du darfst nicht runterfallen jetzt! Ja wenn du jetzt runterfällst was das mit dir! Ich bin am Ende! Ja! Sehr gut! Du bist jetzt hier! Hier außen weiter! Die Leiteraufkletter! Die sitzt so Ninja! Kann man wo man da so Ninja sitzt? Oh mein Gott! Oh mein Gott! Das wird knapp! Das wird mega knapp Kaspar! Das wird knapp! Muss ich beeilen! Wie wird er so knapp auf einmal? Muss ich denn jetzt lang? Kaspar! Spring! Wieso wird das so knapp auf einmal? Beeil dich! Ich guck dir zu! Du schaffst das! Nein! Hier wird es nicht höher! Nein! Nein! Du schaffst das! Nein! Was ist das denn? Nein! Ich habe gesprintet wie ein junger Weltmeister! Direkt vorm Ziel war das! Hey Bro! Was ist das? Das ist so ein Pay to Wendy's Spiel! Jawohl! Was soll das denn? Ein Wissenschaftler aufgewohnen jetzt! Man! Bam! Alter! Guck dir diese Koste Map an! Beeilung! Ich muss direkt durchziehen! Ich muss direkt durchziehen! Ich habe jetzt keine Müdigkeit vorgestellt! Das ist richtig! Ich habe die auch aus einer Monochrom! Ja! Schwarz-Weiß! Also wir müssen auf jeden Fall... Ich probiere auf jeden Fall das ganze zu machen ohne... Ohne runterzufallen! Hä? Wie soll man den Sprung denn schaffen? Hä? Was war denn grad da los? So jetzt hier müssen wir weiter gehen! Ich schaff den Sprung noch nicht mal! Ich mach euch was grünes hier auf glaube ich! Alter! Oh mein Gott! Wie ehrenlos mit dem Laser da eben! Warst du da auch schon? Ich habe mich grad was aufgemacht jetzt hier mit dem grünen Klopf! Oh mein Gott! Okay korrekt! Korrekt! Hier lang! Sehr gut! Hier über die Bälle rüber oder was? Wow! Ich kann den mega hoch springen! Oh mein Gott! Du darfst nicht die Laser berühren da ne? Ich weiß! Oh! Nein! Ah! Halt's auf! Ich bin mit dem Kopf dagegen gekommen! Oh mein Gott! Hier kommen so Teile raus! Hä? Auf der Wand! Das ist so blöd! Ey! Die Mühe ist ja übertrieben schwer! Ja! Aber du bist ja gleich schon oben oder? Hä? Du hast ja schon das Ziel da oben! Hä? Guck dir an wie schwer das ist! Da musst du doch nur hoch da vorne und dann warst du das schon glaube ich! Ah! Alter du wie... Nein! Das glaube ich nicht! Was machst du? Weil ich gegen die Decke geklatscht bin! Ach was! Ey! Das war auch so schwer! Schade! Das war echt ein schweres Level muss ich sagen! Oh! Kaspar! Guck mal! Was? Wir sind bei Opa! Wirklich? Aber wir müssen zusammen... Sehr cool! Durch Opas Haus durchgehen! Wir müssen zusammenhalten! Wir müssen euch zusammenhalten! Das ist ne Teamwork Hobby! Hier rüber! Ja! Oh guck mal der hat uns das hier grad gedrückt damit wir hier rüber gehen können! Richtig korrekt von denen! Oh guck wie viele wir sind! Richtig korrekt von denen! Richtig korrekt von denen! Richtig korrekt von denen! Wir gehen jetzt weiter über diese Wasserstrahl! Und pass auf! Opa ist nämlich böse geworden! Deswegen müssen wir ja jetzt abhauen! Ooooooh! Wie geht ihr alle gleich? Ich trau was macht denn hier! Warte ich kann jetzt hier die Leiter auch gehen! Oh! Hä? Achso! Und dann kannst du oben auf den Knopf drücken! Ja! Kann jetzt glaube ich das Ding da oben... Warte! Ist da ein roter Knopf? Ist da ein roter Knopf? Ja jetzt! Okay! Warte nochmal! Nochmal! Ah warte! Jetzt! Bro! Oh jetzt sind wir nur eine Sekunde auf! Komm durch! Komm durch! Schnell! Ich drück drauf hier! Okay warte ich komm! Ich komm! Sehr gut! Sehr sehr stark! Sehr stark! Das war sehr korrekt! Oh ne! Guck mal! Ich seh es hier! Okay! Und los! Geht schnell durch! Okay ich komm! Ich komm! Warte! Die drehen ja auch gerade alle um! Okay er stellt sich auch rauf! Okay! Weiter gehts ohne ihn! Weiter gehts ohne ihn! Weiter gehts ohne ihn! Weiter gehts ohne ihn! Was denn? Okay! Links lang! Okay geh schnell durch! Geh schnell durch! Wir müssen die abhängen! Komm! Okay warte ich komm! Ich komm! So! Hier links durch! Hallo! Was machst du denn? Komm mir aus! Aus dem Spaß kurz! Ich stell mich jetzt nicht mehr rauf! Der andere steht da drauf! Oder? Der andere steht da drauf! Jetzt kommt der nicht mehr weiter! Oh nein! Alter! Alter! Oh gut! Was auf! Wuppi kommt! Der sieht aus wie der von ab! Was ist los bei dem? Da ist der auch! Oh Gott! Aus dem Weg! Komm schnell nach rechts ist hier Kasper! Ja ja! Ganz schnell nach rechts! Locke jetzt auch gleich aber Teamwork! Hä? Ich glaub ja! Niemals nach rechts! Doch hier ist ein Schlüssel! Ja ich hab ich hab! Ich hab ihn abgeholt! Oh Gott! Oh Gott! Einsperren! Ja! Oh mein Gott! Okay geh rauf! Warte warte! Jetzt! Okay, ja, sehr gut. Ja, jetzt. Schnell. Und... Jetzt. So. Achtung. Und spring, spring, spring. Ja. Ja, sehr gut. Okay, und das gleiche jetzt hier auch beim Roten. Okay, komm. Ja, okay, sehr gut. Und los, geh rauf, geh rauf. Ja, okay. Ja. Okay, wir müssen den anderen austricksen. Wir müssen den anderen austricksen. Okay. Okay, warte. Ich spring rauf. Jetzt. Und schnell. Nein. Nein, Mann, und los. Lass los. Oh, du bist zu langsam. Mann, ey, hör doch rauf jetzt. Komm, geh rauf, Moppy Master. Der soll jetzt rauf drücken. Komm, Moppy Master. Moppy Master. Er will nicht. Er weiß, dass wir ihn abhängen wollen. Der ist jetzt schlecht gelaunt. Du bist doch hier lang. Stimmt. Nee, da geht's noch höher. Da geht's auch höher. So, jetzt drück du drauf. Er rennt doch einfach... Guck mal, er geht doch nicht rauf jetzt, ne? Doch, er geht rauf. Okay. Okay, so. Schon korrekt. Okay. Korrekt, weiter geht's. Und jetzt zeigt er hier. Komm mal, der hat die nicht. Ah! Ah! Ja, der muss hier rein. Oh Gott, wir sind so gemein. Okay, aber warte. Ah! Oh Gott. Ähm. Nein. Ja, rot, rot, rot. Ja, danke. Jetzt blau. Blau. Ja, jetzt wieder... Ah, jetzt blau noch mal, blau noch mal. Hast du's nicht? Ich glaube, ich. Was sagen? Easy. So, hier, komm rauf. Gib mal blau. Blau kommt. Gib mal rot. Was machst du? Gib mal rot, blau schau ich gar nicht. Blau! Natürlich, direkt hier in vorne. Du musst über rechts gehen. Genau. Jetzt rot. Rot, das brauche ich wieder. Blau. Blau kommt. Und blau bis zum Ende. So, weiter, weiter, weiter. Ja, 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 siehst du. War's so schwer. Easy, easy. Fahr mich rie... Also, Digga. Mann, ey. Du warte es auch noch nicht eine Sekunde, oder? Los, jetzt... Hier, geh rauf. Okay, und... Also, Digga. Hallo, was machst du denn? Go, du drückst auf, obwohl ich niemand aufstehe. Du bist so ein Franker. Das ist so ein Joke, Digga. Du bist so ein Franker, Bro. Jetzt geh auf blau drauf, jetzt geh auf blau drauf. Wir müssen hier weiterkommen. Ne, ich geh da jetzt nicht mehr drauf. Los jetzt. Wahrscheinlich geh ich da jetzt raus, den du mich zehnmal runterschmeißen lassen hast, oder? Hallo, was machst du denn jetzt? Wir müssen weiterkommen. Ja, geh doch weiter. Ich rühre euch Moppy Master zurück. Spring doch. Wieso schaffst du es nicht? Ich kann so easy auf grün springen. Geht doch gar nicht. Ey, jetzt fahr ich runter. So unkorrekt, ne? Ja, Digga, wenn du mir nicht gönnst, dann gönn ich dir auch nicht. Das ist doch schlecht. Das ist doch schlecht. Jetzt bleib auch drauf stehen. Ich mach jetzt. Ja, okay. Okay. Noch nicht. Rot. Noch nicht. So, geh rauf. Okay, ich bin drauf. Sehr gut. Ab auf grün. Komm rüber hier. Ja, okay. Okay, weiter geht es jetzt hier nach unten. War das denn zu schwer? Oh, Alter. Okay, geh rüber, geh rüber. Okay, ich geh rüber. Kein Problem. Ja, so. Jetzt hier grün. Oh Gott. Ja, und rot. Danke. Ich wusste so, Digga. Ich wusste so, so hart. Komm, ich wusste, Digga. Ich wusste so. Ich wusste so, Digga. Ja. Tja, dann hast du nicht gerechnet. Sehr gut, sehr gut. Okay, jetzt blau. Hä? Was machst du denn? Nein. Was machst du denn? Jetzt sind wir eingesperrt. Jetzt musst du dich zurücksetzen. Ey, wirklich. Wie unkorrekt kann man sein? Tschüss. Das war egoistisch. Trink dir mal auf blau drauf. Trink dir mal auf blau drauf. Ja, hier. Danke. Grün. Zack. Blau. Blau. Danke. Easy, oder? Okay, was machst du? Blau. Was machst du? Blau kommt. Hier. Grün. Grün kommt. Blau. Kommt. Blau. Blau. Ich brauche blau. Hau rein. Hau rein, Bro. Ich brauche blau. Du kommst doch nicht alleine weiter. Verdammt. Okay, na gut, dann komm. So, jetzt stellst du dich auf rot. Na gut. Was machst du denn? Was machst du? Das wird nicht klappen. Bro, du würdest mich dann niemals hochholen. Alter, was machst du denn? Ich weiß nicht, jetzt würdest du mich dann niemals hochholen. Nein. Natürlich. Du würdest 10.000 mal runtergehen. Ich verspreche es dir. Ich verspreche es dir. Ich verspreche es dir. Ja, okay. Ja, dann los. So, ich verspreche es dir hoch. Versprechen, aber nicht brechen, ne? Versprechen. Na gut. Finger gekreuzzt. Was soll das denn? Ich hab dir finger gekreuzzt. Was für finger gekreuzzt, Digga? Was soll das denn? Was soll das denn? Was soll das für ein Versprechen? Also nicht. Ich hab gesagt, ich mach's nicht. Ich hab 10 mal gehört, dass ich sie eigentlich nicht machen muss. Ja! Ich wusste, dass ich sie 10 mal auch laufen muss. Okay, 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 okay. Jetzt komm, jetzt komm ich wirklich. Alles gut, alles gut. Mach nicht! Mann, hör auf jetzt! Okay, aber nur, wenn du einen Like erlässt. Ja, okay. Sehr gut. Ich auch. Du musst auch einen Like erlassen, Leute. Okay, was ist das jetzt hier? Blick drauf, ja. Hä? Oh. Hä? Ja! Sehr gut. Oh mein Gott, nein! Ich kann was auf... Komm durch, schnell! Ich muss nur kämpfen! Wie du es kämpfen? Oh mein Gott, Opa! 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 Oh Gott, oh Gott, oh Gott, Opa! Hau ab! Ich treffe ihn gar nicht. Ich treffe ihn ein bisschen. Ich hab halt... Ich hab halt... Hite down, halt down. Nimm das, Opa! Nimm die Tennisbälle! Hier, Opa, das ist Medizin! Hier, Medizin, schlucken, Opa! Opa, nimm jetzt! Ooooooooh! Oh mein Gott, was ist hier mit ihm? Ooooooooh! Ich hab Opa absolut geholt hier, ne? Ich auch. Sehr gut. Und jetzt das Baumhaus hoch. Oh! Das coolste Baumhaus der Welt! Das coolste Opa-Bauma-Haus! Oh Gott! Das coolste Opa-Bauma-Haus! Du sagst es! Wow! Alter! Ja, wie schnell! Wo bist du? Ich seh dich gar nicht. Hier oben, hier oben, hier oben. Ah, okay. Yeah! Oh mein Gott, guck mal! Durch was geht diese geheime Tür? Nicht, nimm mich rein! Oh! Die Oma sieht richtig gruselig aus. Das ist so eine Hexe, Alter. Aber hier, guck mal. Das ist jetzt heute mal bei deiner Oma. Das letzte Mal waren wir bei meiner Oma. Stimmt. Ja, ich weiß, meine Oma ist einfach eine miese Hexe. Ich sag dir das. Ganz, ganz schlimm. Ich sag dir das. Das ist echt richtig, die ist auch richtig eklig. Ey, die Katzen. Also, wir sind hier bei... So. Hier schon mal an allen Katzen vorbei. Und letzte Geheimtechnik. So, das war's. Sehr gut, dann geht's hier weiter. Wollen wir heute mal eine kleine Challenge machen? Was denn? Was haben wir hart für eine Challenge? Wenn du drauf gehst, dann musst du mir 50 Euro bezahlen, okay? Wenn ich einmal draufgehe? Sagen wir, du hast dreimal gut, also... Ne, zweimal. Du hast zweimal... Ne, einmal. Hä? Wir machen Hardcore heute. Ne. Heute machen wir Hardcore. Doch. Nö. Ja, und wenn du drauf gehst? Ja, wenn ich draufgehe, muss ich dir 5 Euro zahlen, wird doch gerade gesagt. 5 Euro, ja. Wieso? Ist doch ein super Deal, oder? Was ist das denn mit einem schlechter Deal? Ja, gut, dann schlag mir einen anderen Deal vor. Ich habe auf jeden Fall Bock auf eine Hardcore-Challenge heute hier. Ich würde sagen, jeder Tod ist 10 Euro. Wir beide. Oh, das ist auch krass. Okay, da bin ich mal ganz gespannt. Ich sag dir, ich werde den nicht einmal draufgeheben, du wirst nicht 1 Euro bekommen. Pass auf, der am Ende mehr Tode hat, der kriegt halt das Geld aus dem Pott. Ja, okay. Okay, okay. Der muss dann... Also das summiert sich dann. Jetzt müssen wir erstmal hier den Ausgang finden, ne? Ach so, das summiert sich dann. Also das kommt alles zusammen in einen Topf, okay. Genau, das heißt, wenn ich jetzt 5er sterbe und du 6-mal, dann kriege ich die 110 Euro. Ja. Alter, das könnte sich schon lohnen, sag mal. Ist das schon das erste Mal hier, oder? Nein, nein, nein. Hier muss man nämlich hingehen. Ich dachte schon, ich dachte schon. Okay. Das dachtest du schon, ne? Oh Gott, oh Gott. Ja, ja, ich hatte schon... Wow. Okay. Was war denn da gerade, Alter? Die Zähne bewegen sich auf irgendeiner mysteriö... Ja, ja, ja. Die sind ganz... Ganz komisch eine Art und Weise. Alter, ich dachte, du gehst drauf. Hallo. Ja? Hallo. Mann, hier eine Lüftung. Bist du blind, oder was? Hallo, ist hier jemand in der Tasse drin. Hallo. Da ist keiner. Ist hier irgendwie eine Waffe, die ich abschließen kann. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Alter. Du hast ein Abzeichen übersehen. Ja, hab ich übersehen. Aber mein Gott, ich will das Abzeichen nicht. Ich will ja erst mal rauskommen. Und das bin ich auch schon. Ja, ja, ich komm jetzt auch raus. Kein Stress hier. Keine Parting-Aufheit, Italik. Du brauchst da doch schon wieder 10 Jahre, bis du da raus bist, sag mal. Nö, ich hab das raus geschafft. So. Dann ist gut, okay. Sagst du nicht neben Roma? Oder sind wir in einem anderen Raum? Nee, das war der andere Raum, oder? Ehrlich? Ich glaub, wir sind in einem anderen Raum. Aber es sieht genau gleich aus. Aber Roma, einfach identische Räume, ne? Sogar die Robax-Küste. Oh ja, das ist so ein Labyrinth-mäßig. Oh mein Gott. Was sind wir denn nur in einem Traum? Aber bis jetzt, ne? Boah, ich bin echt so fokussiert, hier nicht drauf zu gehen. Ich bin auch sehr fokussiert. So läuft es ziemlich, ziemlich gut, muss ich sagen. Für uns beide auf jeden Fall, muss ich auf jeden Fall auch nicht sagen, gerade. Doch, doch, doch. Also noch nix ist im Pott. Also langsam kannst du mal drauf gehen, damit ich mal ein bisschen Geld bekomme. Ja, 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 ne? Langsam kannst du mal drauf gehen. Ey, wieso? Gar nicht. Ja, doch, natürlich. Oh nein, die Sägen, vor denen hab ich ja immer Angst, ne? Oh, die sind richtig schnell, die Säge, ne? Oh nein, die ersten 10 Euro im Topf. Verdammt. Jawohl. So, will ich das schon mal sehen. So, jetzt nochmal 10 Euro. Die hast du dir verdient, die ersten 10 Euro sind am Start. Oh Gott, was ist hier? Hier kann man einfach durchlaufen anscheinend. Oh, hier muss man auf die Bärenfalle sogar gehen. Guck. Zeig mal, da einfach drauf. Ja. Oh, oh, oh. Einfach drauflaufen, oder? Ja, 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 ja. Warte, du spielst mit dem Feuer, mein Freund. Du spielst mit dem Feuer. Ja, gut, ich spiel mit den Abzeichen. Ha, ha, ha. Ja, ja, und ich spiel am Ende mit dem Geld. So, was haben wir hier noch? Du meinst mit dem Geld, was du mir gegeben hast. Ach, gar nichts. So, jetzt sind wir ganz vorsichtig. Oh, okay, okay, okay. Alles entspannt. Ich sag dir, früher oder später wirst du noch drauf gehen. Nein, nein, ich sag dir, wo ist überhaupt Oma hin? Ihhh, ne Kackwurst, guck mal. Äh, es hat Oma... Oma hat mich ausgekackt, oder was? Hä? Ah, ha, 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 ha. Nein. Yippie. Warum Breesbau nicht auch so lange? Und 10 Euro in den Topf. Yippie. Okay, also jetzt beide 10 Euro, muss ich sagen. Gleichstand, ja, bisher Gleichstand. Das ist jetzt auf jeden Fall interessant. Oder bist du schon zweimal drauf gegangen? Nein, nein, ich bin gerade einmal drauf gegangen. Bist du nicht da eben schon zweimal drauf gegangen? Ich bin einmal drauf gegangen. Immer mit der Ruhe hier. Ja, ich gucke mir dein Video an. Naja, gut. Fabi rausschneiden. Nehmen wir Zucker. Mhm, mhm, mhm. Wasser rausschneiden. Nein. Du bist zweimal drauf gegangen? Ich bin nur einmal drauf gegangen. Jetzt sei ehrlich, Digga. Dann musst du auf den 20... Jetzt bin ich zweimal drauf gegangen. Jetzt ist das das dritte Mal gewesen. Nein, das ist das zweite Mal. Das war das dritte Mal. Das war das zweite Mal. Du packst 30 Euro in den Topf. Nix da, 20. Naja, gut. Okay, also 30 Euro sind in den Topf. Du führst mit 10 Euro mehr. Du musst auf das Ei rauchen, musst du auf das Ei rauchen, musst du auf das Ei rauchen, musst du. So, hier rüber... Oh, nein! Oh, nein! Verdammt! Ja! Mano, hab ich den Check-On-Up bekommen. Über den Knochen gestolpert. Mano, das ist auch wehgetan. Ja, ich bin hier drüben gespawnt. Jetzt muss ich hier wieder... Jetzt habst du 30 Euro im Topf, ne? Nein, nein, ich hab 10 Euro. Also 20 Euro, stimmt. Also 40 Euro sind insgesamt im Topf gerade. Nochmal drauf gehen. So, alles gut gegangen hier. Check-On-Nein. Oh, nein! Jeder muss einmal entscheiden. Du beim ersten Mal und ich beim zweiten Mal. Ich mach beim ersten Mal. Okay, du entscheidest ja beim ersten Mal. Warte mal, kommt hier gerade jemand, der gleich vorläuft? Nee. Nee, nee, da kommt keiner. Ich sag dir, es ist ganz rechts. Ah! Oh mein Gott! Was? Oh mein Gott, es war richtig! Oder denken sie, die zerbrechen? Nein, nein, nein. Es ist nur eins. Ja, doch, die zerbrechen. Nimm mal das in der Mitte. Es respawned nicht. Nimm mal das in der Mitte. Oh mein Gott. Hä? Aha! Okay, jetzt musst du entscheiden. Ah! Was? Ja! Nein, es kann nur eins von den beiden richtig sein. Ja, ja, eins von beiden ist richtig. Ah! Oh mein Gott! Ey, aber das Ding ist, die zerbrechen noch alle, ne? Oh mein Gott! Weil jetzt kommt die Entscheidung. Rechts oder links? Äh, hä? Rechts! Hä? Wieso hast du dich für rechts entschieden? Weil das viel dunkler ist. Du hast recht. Das andere, oh, okay, okay. Also die zerbrechen alle irgendwann. Oh, das Oma in mega groß. Ekel, Oma! Oh Gott, oh Gott. Hier rüber jetzt. 20 zu 20 steht's gerade. Ja. 40 Euro sind schon im Top. Okay, Kaspar. Ich hab dich im Auge, Freundchen. Ich hab dich ganz voll im Auge. Also das ist auf jeden Fall jetzt gerade noch relativ einfach, ne? Also das geht gerade, ne? Alter, guck mal die Hände an von Oma. Erst mal ab, bis Oma dich auskackt, ne? Guck mal, die Hände von Oma, die sehen ja übel eklig aus. Äh, als hätte diese Handschuhe an. Sie sind doch ganz entstellt. Ja, ja. Cremst du dir etwa nicht die Hände ein, oder was? Ja, ich glaub, Oma hat irgendwie ein paar Probleme mit der Haut oder so. Okay, jetzt hier schön rüber. So. Oh, nein. Wo führt das hier hin? Wo führt das hier hin? Nein. Sie sieht hungrig aus oder so, ne? Wo guckt die hin? Die guckt einmal zur Decke und einmal zum Fußboden. Äh! Äh! Was ist mit der? Die hat mich gegessen. Wieso das denn? Die hat mich aufgegessen. Ja, ich hab dich nur mal vorlaufen lassen. Ich wollte mal ganz kurz gucken, ne? Ja, ja. Ey, was wird der denn los, sag mal. Ja, ich weiß, du wurdest auch gegessen. Du wurdest auch jetzt gerade hier. So, dann hier rüber. Oh, Gott, Gott. So, 20 Euro sind, 40 sind im Topf insgesamt jetzt, ne? Und guck mal, da wurde schon unser Cousin gegessen gerade. Oh, mein Gott. Oh, was muss ich denn hier rausspringen, sag mal? Ey, dass ich auch die ganze Zeit immer vorlaufen muss, ne? Musst du gar nicht die ganze Zeit vorlaufen. Natürlich, ich glaub immer vor dir. Sonst lauf ich immer vor dir, ja? Ja, gut, kein... Oh, Gott. Darf man das berühren oder nicht, hm? Sag mal. Ah, ha. Ja, 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 ja. Okay, okay. Ah, ha. Hier rüber. Los, pack mal den nächsten 10-Euro-Schein rein in die Töpfe. Ja, du doch. So, hier kurz. Oh, was? Zack. Oh, mein Gott, die wackeln, die Dinger. Das sind Wackeldackel. Wackeldackel. So, okay, auch rübergekommen. Jetzt müssen wir... Oh, da ist ihr Herz. ...auf Omas Brustkorb springen. Glaubst du, die kackt uns gleich aus? Ich glaub, die kackt uns gleich mega aus. Easy. Hier sind schon einige Gehörne gegessen, auf jeden Fall. Und jetzt kommt hier die Kacke. Als würde Tadeus rumlaufen. Oh, nein, die Kacke. Oh, nein. Iiii. 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 Ich glaub, dass du gleich den nächsten 10-Euro-Schein bezahlen darfst. Nein, nein, nein. Ich geh auf jeden Fall hier noch mal drauf. Was haben wir denn hier? Hä? Wie kannst du dir Hüte kaufen? Guck mal, da liegt Scheiße auf dem Boden. Wo? Dahinter. Da liegt doch gar nichts, du Veräppler. Entferner. Äh. Du Glatzen, Mann. Ey, gar nicht. Du weißt, was ich dazu sage, zu der Glatze, nur so. Iiii. Ja, und ich bin so. Und ich bin so. Wie bist du? Hör auf. Und dann bin ich so, bei dem Anblick wird mir ganz übel und ganz schlecht. Ich guck so. Oh, ich hab gewonnen. Juhu. Hä? Was? Okay, krass. Wir sind jetzt am Ziel, aber jetzt ist die Frage, wer bekommt, wir sagen auf 3 eine Zahl zwischen 1 und 10. Okay. Und dann? Und wenn wir, je nachdem, wie weit wir auseinander sind, kriegt der einige, ach, keiner weiß ja auch nicht, wie das geht. Also echt. Wir machen es anders. Wir machen es anders. Machen wir das so, als Geheimtrick? Was machen wir? Ich halte eine Zahl hoch mit den Fingern. Ja. Und wenn du in der Nähe bist, plus minus 1, dann muss ich bezahlen. Nee, du kannst voll lügen. Nein, ich sage einfach unentschieden. Naja, gut. Wenn du so Angst hast, dann sagen wir einfach unentschieden. Habe ich nicht, ich bin ein Zombie, ich esse dich jetzt. Wir müssen Angsthase. Wir müssen richtige Angsthase. Okay, auf jeden Fall unentschieden. Dann machen wir beim nächsten Mal weiter. Was geht ab, Kasper? Ja, jo, was geht? Guck dir mal das an, was? Wie kommen wir denn jetzt da? Warte, 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 ich komme hier rüber. Ich komme hier rüber. Und zwar so, doch nicht. Nein. Du musst, heute haben wir eine Hobby, wo wir zeichnen müssen. Und zwar müssen wir hier. Das heißt, wenn ich das hier so. Ach, das sind immer die beiden verschiedenen Ebenen. Okay, diese beiden rohen Striche. Wow. Ich fühl's gerade. Ah, wie cool. Und jetzt kann ich einmal was malen. Den Stern haben wir jetzt hier bekommen. Ja, Mann, jetzt geht's hier weiter. Jetzt müssen wir hier. Oh mein Gott, nein. Wenn das jetzt geht. Wie cool ist denn das? Sie haben jetzt den Treppen hier so hoch gemalt. Ich auch. Ich habe jetzt auch gerne den Treppen hoch gemalt. Dinger, wie cool. Hä? Das ist so richtig nice gemacht hier gerade, ne? Oh mein Gott. Und wir haben aber begrenzte Tinte. Ja, ich weiß, ich weiß. Jetzt können wir hier. Ah, das ist so eine Box jetzt gerade. Oder was? Ah, man muss eine Box da... Nein, ich habe so eine Strichelinie gemalt. Verdammt. Ja, oh, wie easy. Ich habe so eine Strichelinie gemalt. Okay, ich habe es gerade rüber geschafft. Das war richtig knapp bei mir jetzt gerade. Alter, das war mal easy. Das war mal easy. Das war easy. Okay. Ja, ging eigentlich. Okay, hier, warte mal. Bro, das ist ja für Babys. Äh, lol. Das fällt ja auch runter. Ja, okay, ich habe es jetzt. Jetzt bin mir runtergefallen. Ja, so eine Brücke. Oh mein Gott, nein. Nein, oh mein Gott, das ist genau hinter mir runtergefallen gerade. Was? Als ob, als ob. Ich habe es gerade noch rüber geschafft. Okay, das sieht aus wie so ein Bouncepad, glaube ich. Kann das angehen? Ja, Bro, ich male so krasse Sachen. Pass auf. Wow! Jawohl, ich habe gut gemalt. Äh, sehr, sehr wichtig. Zack. Und easy. Okay. Sehr gut. Hier haben wir jetzt. Oh nein. Speed. Hä? Oh nein, das ist kein Speed. Das darfst du nicht berühren. Oh mein Gott, Digga. Oh mein Gott. Aber easy. So, ja. Und weiter geht's. Hier müssen wir jetzt, glaube ich. Oh nein, da kommt. Ah, ich habe eine Idee. Glaubst du, wir können irgendwie was malen da oben, dass die da so mäßig. So, und jetzt? Ah! Ich habe mich direkt erwischt. Okay, jetzt warte, vorsichtig. Digga, wenn das jetzt klappt, Bro. Wenn du, oh mein Gott, das ist nicht mein Ernst. Was hast du gemacht? Ich bin so ein krasser Maler. Digga, ich habe einfach so Wände gebaut. Für die Steine, weißt du? Jetzt kommt da keine Steine mehr hoch. Aber trotzdem bist du immer noch nicht oben und ich schon. Also war es ja deins eigentlich nicht schlecht. Mann, ich habe ja auch Probleme gerade. Unglaublich. Ey, das nächste sieht richtig krass aus. Wie soll man das schaffen? Oh, warte mal. Ich muss noch mal malen hier. So und dann hier einmal so. Oh Gott. Ich weiß nicht, ob das klappen wird. Klatsch noch mal ganz kurz. Zeig mal, was malst du hier? Okay, ich habe jetzt das gemalt. Mal gucken, ob es so klappen wird. Das wird eigentlich ganz cool. Ja, Alter. Alter, absolute Profi-Maler hier. Easy peasy. Nenn mich Picasso. Digga, das ist ja wirklich für Babys hier. Ich habe halt unten gemalt. Ich habe unten gemalt. Oh, okay. Aber man darf nicht. Man darf nicht. Ah, okay. Und es fällt runter. Okay, aber easy. Boah, hier. Voll easy. Einfach Loch gemacht. Einfach Rampe im Loch gemalt. Einfach nur so ein Strich gemalt hier. Okay, warte. Hier habe ich eine Idee. Okay, so, 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 so. Okay, easy. Rider, Digga. Ah, nein. Oh mein Gott, ich muss man so malen. Okay, dann weiß ich wie. Dann weiß ich wie. Zack. Und zack, geschafft. Ha. Also, ich habe es easy geschafft beim ersten Versuch. Alter, wir kriegen sogar am Ende ein Geschenk. Ja, das wollte ich nicht verpassen, Leute. Was da drin ist. Das ist wahrscheinlich nicht cool. Mal gucken, ob du es schaffst. Du kannst auch mehrmals drauf springen. Ach so, das geht auch. Oh, aber... Ja, ach, was? Nein, das machst du denn, ey. Was soll ich hier an du? Nein, Bro. Ich dachte, ich schaff's. Hier muss ich... Was kannst du es malen? Ey, was ist das? Ich schaue mir nicht weiter. Warte mal auf mich. Hä? So. Ach so, man kann auch mehrmals. Okay, easy. Ja, dann ist es halt nicht easy. So, zack. Und hier der letzte. Ah, ich verstehe. Boom. So, wieso? Was soll ich noch da jetzt machen? Die nächste geschafft. Easy peasy, Alter. Gar kein Problem. Lol, das fährt ja von alleine dann mäßig los. Ja, ja. Los, komm rauf hier. Das ist voll schwer. Wie hast du das... Wie hat dein Ding da reingepasst? Hä? Das ist voll einfach. Voll einfach. Hä? Bro, wie hattest du reingepasst bei dir? Okay, warte mal. Hier muss ich jetzt irgendwas malen, ne? Chill mal. Du bist voll schnell, Bro. Du ziehst voll durch. Alter, du weißt nicht, was hier beim letzten ist. Wieso? Was kommt da? Easy. Das ist total brutal hier. Hier, Zeichnen. Was ist das für ein Labyrinth? Ja, ja. So, jetzt muss ich hier das malen. Ah, ne, das ist falsch. Gut, dass man währenddessen auch Sachen löschen kann. Nur so den Ball. Okay, ich bin schon durch hier beim Labyrinth. Oh, ja. Ich bin mal ein Profi. Ich warte jetzt auf dich. Wie ein Profi gekommen. Und hier die Leiter hoch. Easy. Ja, ich hab gesehen. Sehr gut, sehr gut. Das ging so schnell eigentlich. Okay. Okay, hier zeichnen. Das ist ja gar kein Problem. Zack. Oh, die Sachen fallen aber so runter, ne? Ja, okay. Dann. So, hier nochmal. Oh Gott. Zack. Oh Gott, du hast recht. Hier fallen runter. Das ist das Schwierige daran, glaube ich. Zack. Nein, nein. Das ist ja übertrieben einfach. Ja, ja. Sehr, 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 sehr. Das ist richtig einfach. So, dann hier nochmal. Zack. So. Hier, easy peasy. Und den nächsten Stern hier bekommen. Zack. So, ja, ich komme auch. Alter, was soll man jetzt hier machen? Okay, warte mal. Zack. Wo muss man da hin? Ha! Ach, das ist ja alles einfach jetzt hier. Das ist ja die einfachste Orbi auf der ganzen Welt. Hier einfach so hoch, oder was? So. Das ist für Babys. So, einfach hier nach oben laufen. Zack. Ah, ja gut, so ist das gemacht, okay. Genau. Ja, absolut einfach. Oh, hier fällt es runter. Hä? Oh mein Gott, Digga. Hä? Hä, das ist ja voll einfach. Ich habe einfach eine gerade oben rüber gemacht. Hey, jetzt ist meine runtergefallen gerade. So. Das muss man jetzt hier machen. Oh. Oh. Oh, was sind das für easy Dinger? Der Stern. Hä? Hier muss ich einfach nur, das kann ich so direkt weiter. Hä? Ich brauche nicht so was malen. Ja, einfach Gefühl eine gerade Wand. Wegen der Bälle halt da nur, ne? Ich habe nicht mal eine gerade Wand. Krass. Einfach laufen. Ha! Okay, auch geschafft. So, die Hälfte ist schon geschafft jetzt hier, ne? Ich auch easy. Einfach nur so kleine Häuser. Also, das ist ja wirklich... Bro, es wird gefühlt immer leichter, da hatten wir eben viel schwierigere Sachen. Das ist wirklich echt richtig leicht gerade. Oh nein. Was hier? Hä? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Hier verschwinden die Sachen einfach. Okay. Hä? Ah! No. Imbi! Oder? Geschafft. Boah, Glück gehabt, Alter. Das ist ja, glaube ich gut, das ist klar. Ja, ja, genau, genau. Schnell! Ne, alles gut. Alles gut. Und weiter jetzt, weiter jetzt. Okay, ich habe auch geschafft. Oh nein. Was ist jetzt hier? Ecksprünge. Ecksprünge. Glaube ich, oder? Oder kann ich... Nee, ich kann einfach hier hoch. Ich kann einfach unten durchlaufen und dann neue zeichnen. Löschen und wieder neue zeichnen. Stimmt. Stimmt. Hä? Das ist doch easy, Digga. Ganz entspannt hier. Ich bin der Picasso-Zeichner. Ganz easy. Schwerkraft aktiviert. Oh. Schwerkraft? Wow. Das ist Schwerkraft. Hä? Das weiß ich auch nicht. Das war ja absolut einfach. Da müssen wir ganz normal lang gehen, glaube ich. So spielen. So, ich spiele nochmal runter. Ah, okay, war das sehr einfach. Hä? Hallo? Oder? Und jetzt kann ich das da rauflegen. Ja. Hey, wo bin ich denn jetzt runtergefallen? Oh mein Gott. Was soll das? Das verschwindet deswegen. So, und jetzt kann ich hier hochlaufen. Ach, lol. Okay. Ich hab schon mal den nächsten Stern jetzt hier gerade. Nein, Bro, das ist voll schwer hier. Wie bist du hier weitergekommen? Was machst du denn jetzt gerade? Hä, das ist übelst schwer. Wie bist du da weitergekommen? Ja, das ist doch einfach. Was hast du denn da gemalt? Ich bin schon gerade beim vornächsten. Einfach ranhaken, das Ding. Nee, das ging es halt nicht, weil das Ding oben drauf hier bei dem Haken war nämlich sowas, das löscht nämlich die Blöcke. Weißt du? Okay, jetzt haben wir hier, zeichne auch den Knopf, um diese Tür zu öffnen. Oh, ach so. Ah. Also echt. Oh mein Gott. Okay, aber lustig. Das war ja ultra einfach. Das ist aber lustig. So, warte mal. Ja. Das tut doch funktionieren, oder? Das bleibt aber leider nicht kleben. Boah, jetzt muss ich mal ganz genau gucken. So, zeichnen, alles wieder löschen, spielen. Jetzt bin ich hier. Ah, warte, ich hab's fast geschafft gerade. Ja, das ist überleicht, Digga. Das bounce aber die ganze Zeit nach hinten. Ah, jetzt. Wie viele hier am Anfang spielen? Warte, kein Problem. Ey, jetzt zeichne ich runter. So, das zeichne ich jetzt gar nicht hier so rüber. Zack. So. Der Rest ist ja ultra einfach. Du kannst einfach eine Brücke bauen zwischen den ganzen Sachen. Und jetzt muss ich einmal alles löschen. Dann muss ich einmal zeichnen. Drücke? Ach so, die beiden Tasten, um den Knopf zu öffnen? Das war voll einfach. So, und jetzt? Welche beiden Tasten? Da sind so zwei Tasten. Oh, nee, oder? Hä? Boah, Bro, was soll man denn da jetzt machen? Oh, Gott. So, das gehen? Ich hätte eine Idee. Ja. Ah, warte, okay. Oh, mein Gott. Es fällt die ganze Zeit runter. Oh, mein Gott. Das wäre die verrückte Zeit. Ey, es klappt. Nein, deine Bewicklung nach oben. Schnell. Ja, ich hab's, ich hab's, ich hab's. Wie hast du das gemalt? Ist es gemalt? Ist es gemalt? Hö? Alter, ich hab irgendwo eine ganz, ganz verrückte Kunststrukt, äh, ganz hier gemalt. Was ganz verrücktes. Keine Ahnung. Schnell runterspringen. Ich glaub, ich hab's auch. Ich hab's auch. Gucken. So. Das hier sieht jetzt auf jeden Fall auch nicht. Sieht auch krass aus. Oh, nein. Warte noch, warte noch. Ich hab's hier erstmal rübergekommen. Ah. Okay, hier bin ich grad draufgegangen. Oh, Gott. Ja, ich hab's auch. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Okay, so. Was müssen wir hier machen? Also, wenn das das ist, ist ja ultra einfach. Das ist nicht deren Ernst. Hä? Ach so, man darfst sich berühren. Ah, okay. Hä, ist das einfach nur... Hä, aber nur ein V. Ja. Aber nur ein V. Wie hier? Hä? Das ist echt. Das ist echt. Hier musst du eben nur was Großes machen. Also, meine Sachen sind ultra einfach, ne? Da kann ich echt nicht verstehen. Uh, wie bewegt sich das jetzt? Pff. Digger, ich hab aber nur eine Brücke über beide rüber gemalt. Ey, ich fall runter. Ich hab eine Brücke über einfach beide rüber gemalt. Hä? Ja, wie leicht war das? Ich glaub, ich hab ja mal kurz rüberfahren. So. Und. Genauso leicht. Also, das war ja wirklich Baby-Klucks. Das war ein Baby-Klucks einfach. Hier müssen wir, glaub ich, einfach so... Zack. Genau, hoch machen. Einfach nur so hacken. Oh Gott, voll leicht. Oh Gott, meinst du ganz was runtergefallen? Oh mein Gott, das ist auch die volle... Ist jetzt die letzte Stage. Oh ja, ich seh's grad. Du bist riesengeschenk. Nein, wir müssen unten auf irgendeinen Knopf drücken. Oh mein Gott, du musst selber so mäßig markieren und das muss unten drauf fallen. Ha! Wie cool ist das denn? Wie viele Jahrmarkt-Spiele. Oh Gott, kommt schon. Komm schon. Das ist ein Glück jetzt wieder mal. Das reicht, wenn du einmal klickst. Das reicht, wenn du einmal klickst. Jetzt. Ich hab's. Okay. Ich hab's noch gar nicht. So, jetzt muss ich eigentlich nur... Ja, ich hab's. Ich will einfach durchlaufen. Digger, das war ja voll cool am Ende nochmal. Ah, jetzt hab ich einen. Okay, man muss halt einfach die ganze Zeit voll auf drauf drücken. Ja, ja, einfach drücken. Einfach klicken die ganze Zeit. Und den letzten Stern. Und jetzt hier das Riesen-Geschenk. Schenken. Yo, Rebus. Das ist ein böses Geschenk. Money. Verdammt. Yo, Kasper, was geht ab? Yo, was geht? Ich seh gar nichts. Wir können hier Dingsen. Du sollst einmal so einen Reifen malen. Okay, warte mal. Ich mal mal was. Oh mein Gott. Okay, ich hab gemalt. Und jetzt? Was geben wir jetzt malen? Ja, lol. Mein Auto mit den Reifen. Oh, nee, das ist meins. Ja, hier ist meins mit den offenen Reifen. Und jetzt können wir da langfahren. Oh, jetzt muss ich so eine Orde schaffen. Oh mein Gott, ob ich das? Oh mein Gott, ich weiß nicht, ob meine Reifen dafür gut sind. Warum ist deins besser als meins? Ach, weil du die ausgefüllt hast, oder? Meins ist richtig gut. Meins ist richtig gut. Guck mal, wie ist die meins hier rüberkommen. Warum bist du so schnell? Bro, meins ist richtig. Alter, was ist los? Was hast du? Nein. Schien mal bitte von hinten kurz. Wie kann man springen? Wie kann man springen? Lol. Alter. Nein, was ist denn das? Ey, jetzt muss ich 40 Sekunden warten, bis Trampolin erneut kommt. Ich brauch auch keine Eins, weil ich komme nicht rüber. Aber ich glaube, man kann locker einen Weg finden. Äh, und bessere Reifen. Guck mal, was hat denn hier für Reifen? Ich kann es anders malen. Darf ich bitte hier rüberfahren? Ja. Jawohl, nochmal, nochmal, nochmal. Man kann währenddessen anders malen. Man kann währenddessen anders malen. Jawohl. Okay, warte mal, wie kann ich malen? Hier unten einfach. Oh, du hast recht. Äh, warte mal. So? Und jetzt müsste ich da nicht neue Reifen bekommen oder so. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Nein. Oh mein Gott, guck mal, wie meins aussieht. Die Füße. Ja. Das sieht aus, die Füße, Digga. Guck dir mal meins an. Wie das aussieht. Guck mal. Ich schaffe es. Oh mein Gott. Ich auch. Guck mal, mein soll Geländewagen. Oh nein. Das ist so ein Geländewagen, Digga. Nein. Ey, du darfst dir gleich nicht das Rote berühren. Na, ich sag's mal mit den Reifen. Da musst du echt aufpassen. Ja, warte mal auf, Milich. Was machst du denn? Ja, mach ich. Ich warte, ich mal mal neue Reifen. Sag jetzt nicht, die sind zu klein. Oh mein Gott, bringt das was? Alter. Alter. Jetzt brauche ich. Die sehen gefährlich aus. Jetzt mache ich kurz. Alter, die sehen krass aus. Runde Reifen. Ja, du kannst ja auch Raketenboost bauen, oder? Sind Runde Reifen am besten? Nee, 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 komm mal ran. Das darf nicht wahr sein. Oh, noch nicht dein Ernst. Da hinten, was machst du denn? Der kann nicht ja zehnmal wieder rückwärts fahren. So, jetzt. Ich brauchte zehn Jahre dafür. Alter. Was ist denn das? So, ich komme. Ganz schön, Alter, ganz schön eng. Ja. Ich hätte es noch gar nicht so gefahren. Ich hätte das einfach einreifen rechts, einreifen links. Das ist doch nicht schlimm. Alter. Was machst du? Okay, komm, weiter geht's, weiter geht's. Ich habe hier auf jeden Fall krasse Reifen gemalt. Oha, muss ich hier auch einmal malen? Alter, ich wusste, dass das funktioniert. Nein, nein, du kannst ja immer neue malen. Aber ich wusste, es funktioniert mit den Offroad-Reifen. Alter, das ist richtig komisch, Alter. Alter, ich habe so krasse Offroad-Reifen. Junge, die gehen voll ab. Und auch fürs Gelände. Guck mal, wie krass die sind, Alter. Meine sind echt richtig gut, Alter. Ja, warum bist du so schnell? Ja, meine auch. Ich bin... Ja, mit meinen Offroad-Reifen, Bro. Die sind gucke mal, wie krass schnell die sind. Wie krass alles grün kommt. Ich komme aber nicht hoch jetzt. Bro, einfach rüber da. Ach so, warte mal. Du hast ein bisschen jiggeln. Du bist ja richtig schlecht. Warte mal. Ich bin schon Stage 18. Komm mal ran hier. Ich warte die ganze Zeit auf dich. Wenn das ein Rennen wäre, ist du voll der Wollinite hier. Ah, jetzt die gehen besser. Okay. Warte hier mal. Warte hier. Oh mein Gott. Geht das? Guck mal. Ich habe ein Car jetzt als Reifen. Hä, was? Ja, die sind so schnell. Bist du doch irgendwas gekauft oder so? Ich habe mir gar nichts geglaubt, Bro. Ich bin einfach schnell. Keine Ahnung, wieso. Komm schon. Du hast auch die ganze Zeit gedrückt. Oh Gott, Alter. Was machst du? Hä? Hä? Ey, die sind schnell. Die sind echt schnell. Ey, ich bin in hier drin irgendwie. Oh. Oh mein Gott. Nein. Oh mein Gott. Oh mein Gott, das war close call, ey. Und du schaffst es? Schaffst du es? Ich kenne mich dann wieder raus. Aus dem Ding. Sehr gut, sehr gut. Alter, ich bin dich richtig gut am Start. Alter, ich sag ja. Ey. Oh mein Gott. Wuhu. Danke, danke, danke. Guck mal, jetzt sag ich hier kurz rückwärts. Alter, sagst du kurz rückwärts lang? Oh nein. Du hast da halt geschoben. Ey, hier brauchen wir ganz flache Reifen. Ja, ja, pass auf. Guck mal, jetzt hier. Wie ein Tuning-Dude. Wie ein Tuning-Dude. Hä? Und du hängst direkt fest. Ja. Höh? Wie ist denn das gemacht? Wie ein Go-Kart. Oh Gott, nein. Ich hoffe, ich glaube, ich habe die optimalsten Reifen jetzt. Sagst du? Okay, warte mal. Mein Auto hier kurz beladen. Oh. Volltempo. Ja. Hau rein, Bruder. Hör doch Wurst. Mach's gut. Ich meine, die sind so hardcore lahm. Ich meine, die sind so hardcore lahm. Ich habe unbedingt neue Reifen jetzt. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja. Nein, ich komme hier nicht hoch. Jawohl. Oh mein Gott. Nein, ey, was macht denn der? Ey, Bro, das ist das schlechteste Reifen, die ich hier gesehen habe. Ich brauche wieder meine Outback-Reifen. Warte mal. So, jetzt hier schön. Ich fahre ein bisschen weiter, ne? Ganz entspannt. So. Ey, die sind krass. Die sind krass, die sind sehr gut. Oh mein Gott, die sind echt. Oh mein Gott, wie schnell sind die? Was hast du da für Dinge? Was? Ich habe riesen Dinge, die sind übel schnell. Okay, ich komme jetzt. Ich hole dich easy ein. Oh mein Gott, guck mal, wie schnell die sind. Alter, warum bist du so schnell? Hey, mach keine Faxen jetzt. So, okay. Nee. Nee. Wow. Oh mein Gott. Alter. Oh mein Gott. Ich habe den Rocket Boost aktiviert und gleichzeitig. Nein. Okay, warte. Wow. Oh mein Gott, bitte können jetzt krasse Reifen. Ich habe vor Stages übersprungen. Ey, bitte, ich muss dich drehen irgendwie. Ich mache Breakdance. Wo bist denn du jetzt da hinten? Ich brauche noch kurz. Ich brauche noch kurz. Kein Problem. Ah. Oh mein Gott, das war ja richtig schlecht. Ey, was ist denn das? Also, wenn du es gerade ein Rennen, dann wärst du richtig schlecht. Ey, ja. Was ist schlecht? Was machst du denn? Ey, was ist das denn? Ich werde dir gekickt auch. Oh. Nein. Ah. Das darf nicht wahr sein. Also, wäre das gerade ein Rennen. Rennen wärst du ganz schön schlecht. Hallo, ich habe die ganze Zeit auf dich gewartet. Ja, ich habe vor auch auf dich. Oh mein Gott. Ey, das ist was. Ich glaube, ich habe neue coole Reifen jetzt hier gefunden. Mal gucken. So. Okay, warte mal. Ich habe auch mal neue. Machen wir mal sowas. Easy, Alter. Ich nehme mich hier. Wir sind Roboter. Okay. Ganz entspannt. Oh, die sind gut. Die sind gut. S-Reifen. Ich habe Z-Reifen. Alter, die sind richtig gut. Ja, auch nicht schlecht. Guck mal. Weiter geht die Reise. Alter. Wow, du hast mich voll gepustet. Ehrlich? Ey, korrekt. Danke. Ich bin runtergefahren jetzt gerade. Komm ich rüber? Ey, Bro. Wie ich hier hänge, Mann. Na. Bitte helfen Sie mir. Ich bin in Gefahr. Bitte helfen Sie. Das Trampolin war so schlecht von mir. So, jetzt habe ich hier. Hol mich rüber. Ja. Ja, sehr gut. Ich sehe dich auch da vorne schon. Das sollte jetzt gehen, glaube ich. Ich glaube, es funktioniert. Komm jetzt. Oh mein Gott, es hat geklappt. Jawohl. Und jetzt Reset. Okay, sehr gut. Mach mir mal so. Nein. So, was ist da los? Bitte. Ja, so irgendwie. Du musst Trampolin und gleichzeitig die Rakete machen. Anders geht es nicht. Das dauert auch noch 40 Sekunden. Ja, gut. Dann schiebe ich dich. Warte mal. Geht das? Ja, kriegt das was? Nein, ich reset mein Auto. Nein. Okay, okay, geht nicht. Dann mache ich nochmal neue. Nein, ich komme nicht hoch. Hier mal. Okay, warte. Oh mein Gott, das sind so Riesenreifen jetzt, ne? Oh, keine schön wachlige Geschichte hier, das Teil. Oh, aber. Wow. Ach, verdammt. Jetzt komme ich hier wieder schon wieder nicht hoch. Wo muss die ganze Zeit? Doch, hier. Gar nichts los. Gar nichts los. Was ist, wenn ich solche Reifen habe? L-Reifen. Oh mein Gott, was ist das für Reifen? Die L-Reifen? Ich weiß nicht, ob das so schlau ist. Ich habe jetzt M-Reifen. Oh Gott. Guck mal, L. Und die funktionieren auch gut. Die funktionieren sehr gut sogar. Wie er kämpft. Hast du gesehen, wie ich gekämpft habe? Bei den Dängern? Ja, weil du so langsam bist. Oh nein. Ey, Bro. Das wird jetzt ganz lustig. L-Reifen sind die besten. Hä? Fällt es hoch und runter? Du kommst nicht hoch. Wie jetzt? Ne, die Wände fahren da hoch und runter, habe ich gerade gesehen. Und ich wühle mich hier lang mit meinem, oh mein Gott, mit meinem Geländeauto. Und nächste. Alter, ich kann mich nicht verändern. Nein. Warte. Nein. Ey, ich hänge fest. Guck mal. Oh. Ja. Okay, sehr gut. Ja, L-Reifen sind jetzt nicht so toll. Ich glaube, die waren ja am besten. Oh. Rüber hier, rüber hier. Machbar. Alter, ich muss sagen, mach dir M-Reifen. Die sind anders krass. Ich habe auch gerade am Reifen. Ja, ja. Übelst gut. Die sind übelst gut. Wow. Das hast du gemacht. Wow, wie schnell bist du. Ich bin direkt bei dir. Ich habe dich gesehen. Ich habe dich gesehen. Alter. Ich bin direkt eingeholt. Nein, 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 nein. Rüber hier, ja, so. Zack und boom. Nein. Ich komme hier gut durch. Ich komme hier sehr gut durch, ja. Ey, was nimmt man denn jetzt hier für Reifen? Fahren die Wände auch hoch und runter? Ne, doch nicht. Ey, jetzt hänge ich hier. Ich bin hier wieder fest. Vorsichtig. Vorsichtig. Oh Gott, um die Schokoladenbälle. Bitte. Ja, okay. So, ich bin jetzt hier. Alter, ich komme hier easy über. M-Reifen sind echt op, ne? Ey, ich sage dir, M-Reifen anders krass. Anders krass. Oh Gott. Kann ich hier durch? Jawohl. Nächstes Checkout oder für dich? Wie oft kann ich springen? Nein. Wie oft kann ich springen? Alle 40 Sekunden? So. Ja. Der fühlt sich hier nicht hoch. So, jetzt. Okay, so passt es. Und springen. Okay, okay, okay. Und jetzt. Wow, alter. Alter. Los bei dir. Wie war es los bei mir? Ich war voll krass unterwegs hier. Nein, ich muss meinen Reifen. Ey, Bro, ich komme hier nicht weiter. Ich komme da nicht rüber. Über die Rampe. Wieso nicht? Da gibt es nur eine Möglichkeit. Da gibt es nur eine Möglichkeit. Wow. Alter. Was geht? Was geht? Und weiter geht's. Über die Rampe darüber hier. Oh mein Gott. Hä? Wow. Warte. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Okay, so klappt das. Ey. Wieso musst du dir die neu machen? Ich habe meine noch nicht einmal neu gemacht, seitdem ich die Alzheimer hatte. Ich bin runtergefallen. Wenn du runterfällst, kannst du einfach schnell auf Reset fahren und das war's. Oh mein Gott. Das war smart von dir, ja. Oh mein Gott, das war richtig smart von mir. Das war richtig, richtig gut. Alter, wie weit bist du? Wie weit bist du vorgerückt? Reset. Okay, warte. Oh. Wow. So, sehr schön. Ich komme hier sehr weit. So, jetzt hier schön. Oh mein Gott. Krampolin. Action. So, wie oft kannst du dich nutzen? Wieso warst du das so oft nutzen? Das ist doch mal. Du bist voll auf nutzen. Ah, nee. Oh mein Gott. Hier ist das Ziel. Oh Gott. Nein. Was? Ja. Juhu. Ich komme. Oh mein Gott, da ist ein Timer. In zwei Minuten ist da irgendein Lucky Block oder so. Hä? Ey, wie bist du denn hier rübergekommen mit dem Blauen? Ich bin einfach schnell geflogen oder so. Nein. Wieso war das nicht? Du hast irgendwas gek... Was machst du? Was hast du? Hey. Was hast du gek... Ich bin wieder auf Null. So, kurz vorm Ziel, Digga. Hast du eine Nuke gekauft? Ja. Mann, nein. Juhu. Verdamm. Hier gibt es eine geheime Überraschung für dich, Caspar. Ich verrate dir aber später. Warte, bitte sag jetzt schon. Sag jetzt schon. Ich sag dir die später. So eine Überraschung. Okay, ey, ich bin echt gespannt, was das für eine sein soll. Okay, dann kommen wir jetzt hier ran. Ich bin schon durch. So, hier rüber. Oh, sag mal. Wie komme ich denn hier rüber? So, jetzt bist du hier mit viel Geschwindigkeit rüber. Ja, ich bin ja langsam. Oh, ey. Und zack, so. Da bin ich noch schon. Und schreckvoll. Ich habe das auch jetzt mal geschafft. Also wirklich. Nein. Jetzt schuze ich hier auch noch runter, oder was? Ja, sorry. Okay, pass auf. Ich habe jetzt hier, zack, mein Auto am Start. Und das Ding ist, wir können gleich auch noch neue Autos freischalten. Ey, das ist echt schwer. Und es gibt auch voll die krassen Autos. Ich wollte schon immer mal so ein Kart-Bio haben, ne? Wir können auch eigentlich gleich so einen Truck sporen theoretisch. Also jetzt hier vorsichtig. Sag mal. Also, ich komme da nicht rüber. Ich komme da nicht rüber. Du musst weiter links fahren. Weiter links sind wir vielleicht. Weiter links fahren. So, ich bin jetzt auch schon gerade Stage 78. Weiß nicht, wie es von dir aussieht. Oh, ja, ich auch. Und ich glaube, den Shapepoint habe ich jetzt, oder? Hast du den? Ja, den hast du jetzt bekommen. Gott sei Dank. Okay, jetzt kann man hier auch weiter gehen. Da muss man auch vorsichtig fahren. Das ist ja voll leicht. Was ist denn hier schwer? Ja, also, du hängst da die ganze Zeit. Ich muss die ganze Zeit auf dich warten. Hä, wieso? Das fand ich jetzt nicht so schwer, diese Orangeln. Da fand ich die Orangeln total einfach. Das heißt, aber jetzt hier, pass auf, bei den Spikes vorbei. Meine Reifen! Meine Reifen sind weggefahren. Hat er die zerplatzt, oder was? Na, er hat die einfach durchgezogen, auf einmal. Der hat mein Auto gekratzt. Oh, nein. Oh, was machst du denn? Nein! Was machst du denn? Was ist gut? Nein! Ich muss los. Ich habe hier unten noch ein Gespräch. Ich gucke jetzt mal ganz kurz. Hier wird nämlich ein neues Auto. Oh, Mann. Man muss das nicht kaufen mit diesen Engelsachen. So, ich habe jetzt eine Idee. Man muss nämlich, ich kaufe die Engelsachen und die muss man ans Freischalten gleich. Was für Engelsachen? Diese Wiedergeburten, die können wir uns auch kaufen. Oh, Gott, oh, Gott. Jetzt aber rüber. Mein Auto ist schon ein bisschen demoliert, würde ich fast sagen. Aber? Ist, glaube ich, ein bisschen kaputt. Oh, ich komme rüber hier. Ich komme rüber. Oh, Gott. Achtung, der Hammer. Hey, was macht mein Auto? Hilfe! Was macht mein Auto? Wieso, was macht dein Auto? Mein Auto macht Breakdance. Was macht du da? Mein Auto tanzt rum. Ich mache gar nichts. Ich drücke gar nichts. Was steigt noch einmal los? Okay, das sah jetzt echt gar ein bisschen komisch aus. Aber pass auf, ich habe jetzt hier den Hammer des Todes. Ja! Oh, nein! Ey, ich bin jetzt auch gerade untergefallen. Genau dann. Bist du auch gerade? Ja, ja. Ich zeige dir mal, wie das funktioniert. Ey, das kann doch nicht sein. Ich habe jetzt die Lösung, okay? Und zwar musst du den hier machen. Was auf? Hupen. Hupen. Hupen, hast du gesehen? Ich habe gehupen. Oh, mein Gott. Deswegen, ich habe gehupen. Nicht schlecht. Ich kann wieder Lichter vorne anmachen. So, jetzt hier die Treppen runterdüsen. Oh, Gott, oh, Gott. Aber kein Problem. Das ist alles kein Problem. Vorsichtig. Was ist das denn jetzt? Schleim oder was? Das ist echt... Ey, das ist echt Schleim. Oh, nein. Was ist denn das jetzt? Das muss man denn nie machen. So, warte. Ey, man wird hier voll weit weggehauen. Niemand wird weit weggehauen. Ich sage nur eine Sache. Du musst hier ganz vorsichtig fahren bei den Sachen. So. Wie fährst du? Wie fährst du? Pass auf, die hauen dich ganz weit zurück, wenn du die berührst. Okay, du hast recht, du hast recht. Ey. Und vorbei. So, ich habe es auch. Ich werde hier gemobbt. Ich werde hier gemobbt. Hier stimmt irgendwas nicht. Hier stimmt irgendwas nicht. Warte. Oh, Gott sei Dank. Warte, warte, warte. Warte, ich habe es jetzt gleich. Ich war... Ja, du wirst echt gemobbt so. Na komm, na komm. Au, au, au. Ich warte auf dich. Okay, ich habe es. Ich habe es. Okay, jetzt mit Vollgas. Einfach nur Vollgas rüber. Was ist denn das hier? Schnee-Lawine oder was war das? Ja, ja, ja. Die wackelige Welt. Oh, hier. Durch den Regen. Nein. Nein. Na, beide. Aber nicht schlimm, nicht schlimm. Das ist aber immer auch sein Auto, wie er spawnen muss, ne? Dass man es so auswählen muss. Ja, das ist nervig. Jetzt, 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 jetzt. Oh, oh mein Gott. Oh mein Gott, na. Hilfe. Abschnitt gelöscht. Was? Oh mein Gott, ich konnte mich retten durch wieder Respawn hier. Oh mein Gott, wir können jetzt nicht mehr zurückgehen, glaube ich. Der Abschnitt wurde hinter uns gelöscht. Du siehst sie nicht mehr, oder? Aber du siehst mich noch, oder? Ich sehe den noch, ich sehe den noch. Aber der wurde, glaube ich, gelöscht oder so. Hier und drü... Nein. Ich glaube, du musst aber auch mit Geschwindigkeit fahren. Guck mal, ich mache das nochmal ganz kurz vor dir. Einfach nur zeigen, wie schlecht du bist. So. Wuppa. Oh mein Gott. Wieder geschafft. Ich auf dem Rücken. Ja, ich auch. Hast du geschafft jetzt? Ja, ich habe es auf dem Rücken gerade geschafft. Wolltest du nur nochmal zeigen, wie einfach das ist? Ja, korrekt, korrekt. Danke, danke. Hier geht es bestimmt mit ganz viel Geschwindigkeit. Oh Gott. Nein, mein Auto ist... Muss schnell sein. Muss ganz schnell sein. Oh Gott, nein. Mein Auto soll es schrauben. Oh. Ey, das war gerade mega, mega knapp. Wieso ist das hier für Teile? Oh. Ja, die sind ein bisschen... Ey. Ach, Mann, die sind ein bisschen schwie... Meine Motor... Aua. Mein Auto wird hier gerade auseinandergeknüppelt. Ja, du musst da ein bisschen Slalom fahren. So, jetzt habe ich es. Vorsichtig. Mein Auto ist ein bisschen... Ich glaube, ich habe mein Motor verloren. Ey. Nein, na komm, na komm. Was machst du? Alter, du fährst die Kutsche. Ich kann nicht mehr lenken. Das ist eine Kutsche. Ich kann nicht mehr lenken. Aaaaaa. Drück... Nein. Das war eine Kutsche, weißt du? Das war gerade echt so eine Kutsche. Gladiator-Kutsche oder sowas. Warte, jetzt mal jetzt links. Ah. Warte mal, der Trick ist einfach rückwärts zu fahren. Okay, pass auf hier. Guck mal, rückwärts. Ja, ich sehe ja, was das für ein Trick ist. Aber ich komme auch mal wieder zu... Sollen wir jetzt zurückkommen? Muss man Slalom fahren, oder was? Guck mal, ich komme einfach wieder zurück zu... Ja, natürlich muss man Slalom fahren. Wie soll das denn sonst funktionieren? Ich dachte, im richtigen Moment musst du da durch. Okay, warte, ich komme jetzt hier. So, Auto. Slalom hier rechts, immer rechts, links. Oh, nach hier. Rechts, links. Das war knapp, ja. Dann rechts, dann links. I, ach so, easy. Ja, mit Slalom ist echt easy. So, wir gehen weiter. Oh, was ist hier jetzt? Ey, ich bin hier um die Kurve gekommen gerade. Ey, man darf hier nicht so schnell fahren, glaube ich. Genau, man darf hier nicht so schnell fahren. So, hier hat man zum Glück noch eine Bahn. Habe ich? Na, komm schon. Bist du oben, oder was? Ich sehe dich oben gerade. Ich bin schon oben hier. Ich bin schon oben. Ich hupe hier auch schon rum. Meine Lichter gehen auch nicht mehr. Die sind schon kaputt. Oh mein Gott, ich habe es gesehen. Ah, okay, okay, okay. Wir müssen hier nicht hoch. Nee, nee. Oh mein Gott, ich wäre fast runtergefallen nach hinten. Das war knapp. So, aber ich habe es auch. Sehr gut. Oh Gott. Die Burg gehört mir. Oh Gott, ich hänge fest beim Sprung. F, 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 muss F drücken. Nein. Was machst du? Du hättest F drücken müssen. Nein. Dann hätte der sich wieder befreit. Okay, warte, warte. Ich komme jetzt hoch. Kein Problem. Nein. Was passiert? Siehst du? Oh nein. Das Schneckengehirn schlägt zu. Gar nicht. So, okay. Ich bin jetzt hier am nächsten. Ich laufe das Ganze jetzt zum Checkpoint. Was ist hier so ein Panzer? Schließen die einen ab, oder was? Nicht. Ah, der macht mein Auto kleiner. Oh Gott. Hey, mein Auto spawnt nicht mehr. Ich kann jetzt laufen, oder was? Was? Wie, dein Auto spawnt nicht? Mein Auto ist nicht mehr da. Ich kann nicht mehr. Ich fahre jetzt hier mit. Nee, auch ab jetzt hier. Geht nicht, geht nicht. Das liegt an einem Schneckengehirn. Wie geht denn das? Mein Auto spawnt nicht. Wie, dein Auto spawnt nicht? Es geht nicht mehr. Ich kann es nicht spawnen. Hey, dann musst du so Dingsen. Ah, ah, ah. So, okay. Da bin ich doch. Auto wieder am Start. Pass auf die Panzer auf. Na, die schießt ein. Ich bin nicht so. Alter. Oh. Oh mein Gott. Der Auto war immer so schnell, so luftig. Das war das Problem. Ja, das war auch richtig schwer auf einmal. Mein Auto ist auch schon wieder gut kaputt geschossen worden. So, jetzt. Jetzt, 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 jetzt. Ah, ah. Okay, ich wurde bis... Alter, guck mal, unsere Autos sehen fast gleich aus. Ein bisschen, ja. Ein bisschen. Oh nein. Das stand dann wieder abschnittgelöscht. Alter. Das ist ja bei mir nicht. Das ist ja mega schwer. Ich glaube, wir brauchen diesen krassen Truck. Das ist mega schwer. Den Monster Truck. Ja, hol den mal. Ich bin echt gespannt, was du für eine Überraschung für mich hast. Oh, der kostet 7 Euro Bugs. Okay, ich kaufe mal den jetzt. Ich habe jetzt immer den krassen Monster Truck hier jetzt geholt. Okay, ist gekauft. Oh mein Gott. Alter, der Teufelstruck. Ich glaube, du musst dir echt einfach, du musst dir in der Mitte einfach rüber düsen. Ja. Ey, mein Auto spauen schon wieder nicht. Was soll das? Das ist ja, weil du einfach ein gering Verdiener bist. Du kannst dir alles gar nicht leisten. Was ist mein Auto? So, warte. So, spawn. Ich komme jetzt hier mit dem Monster Truck. Oh, der ist ja aber cool. Der Monster Truck ist coole. Aber wie schaffst du das? Wie schaffst du das? Ich komme da gar nicht. Der ist nicht cool. Schreib mir in den Kommentaren, wie cool ihr den findet, Leute. Skala von 1 bis 10. 10 ist super cool. Ich finde den auch cool. Ich finde den auch cool. Eins ist super doof. So, ich schaff's jetzt vor dir. Ich schaff's jetzt vor dir. Niemals. Niemals. Abwarten, Kollege. Ich hab's jetzt raus. Ich hab's. Mit meinem 600 Euro Bugs Monster Truck. Wow. Hast du's? Ja, Mann. Du hast es. Oh, ach, Mann. Das kann sich jetzt um Jahre handeln, bis ich das geschafft habe. Was ist das denn hier? Ja, ich will das ganz so zu überwenden. Oh, rechts, links, rechts. Und ja, ich hab's auch. Du Schummler. Wieso Schummler? Du hast übersprungen die Stage. Hab ich gar nicht. Das hab ich genau gesehen. Ich hab dich nämlich nicht gesehen. Ich bin da gerade gefahren. Ich bin da gerade eben gefahren. Ach, Mann, ey. Hast du mich nicht fahren sehen? Doch, doch, doch. Natürlich. Durch die Matrix bist du vielleicht gefahren. Okay, für Robux bin ich gefahren. Okay, der Monster Truck ist echt ein bisschen bouncy, muss ich sagen. Also ein bisschen schwieriger oder einfacher, würdest du sagen? Oh, schön langsam. Oh, nee. Oh, nee. Hä? Ah, das ist verschieden. Okay, okay. Ich hab's jetzt. Ich hab's jetzt. Ja, warte mal. Warte mal. Ich hab eine Idee. Er ist auf jeden Fall. Also, der ist cool. Ich weiß noch nicht, was ich davon halten soll. So viel ist auf jeden Fall sichern. Nimm. Du kommst hier schön vorsichtig hoch. So. Okay, der nächste ist wieder ein bisschen blöd. Oh, ey. Hey, was macht der? Sag mal. Ich glaube, dass du rückwärts werden. Ey, du musst beim nächsten. Wie, du bist immer hier oben? Ach, da bist du immer noch. Nee, ich komm hier nicht hoch. Du bist immer noch da. Ich komm hier nicht hoch. Wie schlecht. Wie schlecht. So, hier jetzt aber. Ja, ich weiß auch nicht, wieso. Das hast du nur wegen der Monster Truck geschafft. Nee, nee. Mach ich doch. Warte mal, wie das Auto sich dreht. Das hat sich bei dir nicht gedreht. Es hat sich bei dir nicht gedreht. Klar. Ich hab's kontrolliert. Guck mal, bei mir dreht's das auch. Wisst du das? Nö, bei mir dreht's mein Auto genauso wie deins. Okay, ja, okay, okay, okay. Du musst halt nur. Ich kann das nicht kontrollieren. Wie drehst du das? Guck mal. So, dann so. Ja, so fährt meiner gar nicht. Guck mal, wie meiner fährt. Ja, guck mal einer an. Mann, wie dreht denn der ab die ganze Zeit? Was soll das? Oh, jubi. Ja, siehst du? Alles entspannt. So, jetzt der nächste ist schwierig. Da darf man nämlich nicht vom Gas drunter gehen. Aber nicht vom Gas drunter, weil sonst was passiert? Wow, ich hab ihn geschafft. Ich hab ihn geschafft. Und ich hab mich so... Wow, have first try. Ja, der ist ja vielleicht... Guck mal, ich spiel doch ein härteres Level gerade mit meinem Monster Truck. Ist locker viel schwieriger mit dem. Das ist ja wohl niemals... Der hat sechs als Robots, als wenn das schwieriger ist. Der ist schwieriger. Niemals. 100%. Niemals. Der sieht nur cooler aus. Der sieht nur cooler aus. Der sieht nur cooler aus. Achtung. Nein. Oh, oh. Oh, nein. Die Läser sind doch richtig crazy. Das war voll unfair gerade. Oh, ja. Ich hab's. Ich hab's. Gott sei Dank. Okay. Aber das ging schon. Das ging schon. So, hier weiter. Ja, ich hab's geschafft. Ich hab's geschafft. Der unsichtbare Weg, oder was? Ja, easy. Ah. Ah. Oh nein. Oh nein. Alles gut. Alles gut. Ich hab's gemobbt. Ich wurde gemobbt. Ha. Da siehst du mal mit deinem riesigen, dicken Monster-Truck. Kommst du da gar nicht so easy lang? Ich hab doch gesagt, das ist schwieriger aus mit meinem. Ah. Weißt du schon, wie schwierig das ist? Das ist ja wirklich für Babys, wie du das sagst. Nein, nein. Du hast doch gesagt, dass er dicke schwieriger ist. Na, der ist nicht schwieriger. Guck mal, der fällt sogar auf die Seite. Einfach so. Oh, guck mal. Ach, Mann. Mein Auto verbrennt hier. Ey, du musst warten, bis die Lava weg ist. Ja, natürlich. Denkst du, ich will durch die Lava fahren? Oh nein. Nein, ich dachte, das schaue ich doch gerade so rüber. So, jetzt verschwindet sie. Jetzt ist sie verschwunden. Ha. Oh. Okay, wo ist halt echt nur krass warten? So, hier ist sie auch gerade verschwunden. Ah. Alter, da traust du dich aber auch was, ne? Natürlich. Ich bin ja hier kein Weichei. Ey, da hast du dich übergetraut. Na, du warst aber schneller als ich, ne? Deswegen hab ich... Oh, ey, nein. Du bist weg. Oh, nein. Ich hab nur meine Reifel. Ich bin die Crash. Ich bin die Crash. Ich bin... Nein, verdammt. Ey, jetzt muss ich nach vorne wieder anfangen. Ich hab zu wenig Speed gehabt gerade. So, hier muss man doch nicht warten. Oh, ja, hier muss ich jetzt warten. Ha. Oh, und durch hier. So, kein Problem. Wieso Anfänger? Wir sind auch genau gleich auf. Super. So, jetzt hier. Oh, Gott, oh, Gott. Oh, mit Speed. Mit Speed. Ja, nein. Hä? Jetzt muss man hier richtig mit Speed rum. Was soll das denn? Oh, Mann. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott, ich hab's geschafft. Sehr gut. Ich hab's geschafft. Ja. Ja. Nein. Und jetzt, jetzt hoch, jetzt hoch, jetzt hoch. Ja. Und ich hab den Checkpoint. Jetzt heißt es erstmal chillig entspannen. Wieso? Sagst du chillig entspannen? Ich bin doch schon da. Ich bin doch schon bei dir. Ich bin doch schon bei dir. Der kauft dich ja alles frei, Leute. Wieso du kaufst dir für 600 Robux und Monster Truck der besser fährt als meiner? Ich spiel wenigstens die Runden. Ja, und ich spiel... Ja, ja, mein Gott. Ich überspring dir halt. Aber du hast ja auch so ein Profi-Ding da gekauft. Nee, das ist viel schwieriger damit. Der bounce voll rum. Das ist viel einfacher damit. Das ist ja wohl viel einfacher damit. Gar nicht, Alter. Der sieht nur cooler aus. Natürlich. Guck da mal. Ja, was? So, jetzt. Ja, so. Und jetzt schön mit Geschwindigkeit hier hoch. Oh, und zack. Och, nee. Ey. Ja. Ich geh wieder zurück. Nein. Ich auch. Ich rutsche die ganze Zeit wieder runter. Nein. Ich schaff's jetzt. Und jetzt hier links hoch. Ja, okay, ich hab's. Ich hab's. Ich hab's. Ich sag dir, weil das mit Monster Truck zehnmal leichter ist. Alter, das ist jetzt immer so ein Mario-Level oder sowas. Schön hoch und nach links, nach links, nach links, nach links. Was soll das? Was soll das? Na komm schon. Warte mal. Nochmal, nochmal. Oh, das ist hier schon sehr wackelig. Das ist... Ich... Ja, ich komm hier nicht weiter. Hast du nicht mal einen Tau dabei oder was? Du hast auch so einen Monster Truck. Ich hab da so einen kleinen hier. So einen Teufelsschwanz hinten dran. Ja, ich hab's schon gesehen. Okay, warte. Und... Ich greif den Teufelsschwanz! Ja! Gott sei Dank endlich, Alter. Jetzt gehen wir hier schon beim Mario-Level. Oh, und ich fall hier wieder runter. Aua. Ganz toll. Hä? Oh mein Gott. Müssen wir irgendwas freischalten erst, oder was? Zeig mal, zeig mal. Wieso? Ah, jetzt ist grün. Ach so. Hä? Was soll der denn sein? Ah! Ich bin ja voll durch die Raketen durchgeflogen. Hä? Ich auch. Bei mir ist die ganze Zeit grün. Oh Gott. Nein. Oh Gott. Nein. Was muss ich? Was machst du da? Ich werd hier hin und her. Ich werd gemobbt. Ich werd gemobbt. Alter. Nein. Okay, also man muss warten, bis die andere Wand grün ist, oder was? Ich muss warten, bis meins grün ist. Jetzt. Durch. Okay, und jetzt rein, jetzt rein und jetzt was? Ach, Mann. Bupen. Warte, ich muss Licht gegenwaffen. Ich zeig dir, es geht. Drei. Licht. Zwei. Eins. Ja. Okay. Warte mal, ich glaub, ich chill noch. Ich glaub, ich chill noch, oder? Ich glaub, es ist noch schlau zu chillen, oder nicht? Oh mein Gott, die ganzen Raketen. Oh mein Gott. Oha. Rückwärts. Rückwärts, 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 das müssen wir warten. Vorwärts, rückwärts, nur rückwärts vorwärts die ganze Zeit. Das ist grün, das müssen wir warten. Ja. Ja, ja, ja. Oh Gott. Vorwärts. Hier, vorwärts. Oh, hier wieder vorwärts. Oh. Wer hat das grün vorne? Vorwärts. Sag mal, mach doch jetzt. Warum wird das nicht grün? 2, 1. Oh. Oh mein Gott. Ja. Ich hab's. Ja. Level 100 erreicht. Ich hab's auch. Danke fürs Spiel. Wir haben's. Und jetzt, was ist die Überraschung? Was ist jetzt meine Überraschung? Das ist die Überraschung. Wir haben so einen richtig coolen Stuntpark. Oh mein Gott, wie cool. Wie krass ist das? Wie cool das aus? Wir können hier alles mögliche machen. Das ist übertrieben krass, ne? Wir können so. Wir sind ja auch hier so Looping und so. Ja, dann kann man hier so. Wir haben's auch durchgespielt. Wir können durch so einen Tunnel und so fahren. Wir haben hier vorne über Autos rüber springen. Nicht schlecht, ey. Nicht schlecht. Auf so zwei Reifen auch zu fahren. Nee. Nee. Hier übers Wasser rüber. Hier über die. Also richtig coole Sache auf jeden Fall, Leute. Alter, aber richtig. Ja, Mann. Das ist noch so gewesen, Freunde. Wenn ihr vorhin noch mehr sehen möchtet, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Checkt ihr bei mir das aus. Haut rein. Bis morgen. Ciao, ciao.